pranke ich my brother ja und dann wir sehen uns dann wenn ich ihn gerufen hat Elias da ist er ja schon okay also Elias so du tust jetzt mal diesen Korb hier auf den Kopf drauf stellen hier was zu trinken muss ich schon was trinken ja und jetzt football ja was will er jetzt sagen Leute bin ich etwas nass bin ich nass bin ich nass nein nein tegel Leute oh shit okay das sind Rache ciao